Okay, hier ist was. Definitiv. Achso, da ist auch noch was. Äh, dieses Benzin kann ich bestimmt noch gebrauchen. Ja, klar. Natürlich kannst du das gebrauchen. Was ist das denn? Eine Münze. Kommt die Münze hier rein? Nein. Die Münze. Kann ich denn zur Aussichtsplattform gehen? Ah, mit der Münze kann ich die auftreten. Okay. Was ist das denn? Säure. Was will ich denn jetzt mit Säure? Das Schloss wegätzen. Dennis. Hallöchen Christoph. Hallo Sebastian. Ich grüße dich ganz herzlich. So später Stunde noch unterwegs. So, mit der Säure machen wir den Schlüssel frei. Nein, das geht nicht. Mit der Säure holen wir das Ding da raus. Nö, geht auch nicht. Mit der Säure ätzen wir die Pillen weg. Geht auch nicht. Hm. Mein Gott. So viel Krams schon gefunden. Ich brauche einen Schlüssel, um es zu... Ja, ich kenne es ja schon. Äh, Abzweigung. Nicht... Nicht... Passiert... Mir eben einen guten Lieren irgendwann was. Irgendwelchen... Geht glaube ich nicht nur, wenn der Kram im Radio läuft. Und dann ist es eh keine gute Musik. So, Tipp. Das Haus. Achso, kann ich das Säure hier? Ah, okay. So. Ich bekomme eine Stange. Damit kann ich wahrscheinlich... in der Klinik die Scheibe kaputt hauen. Okay, kann ich nicht. Das ist sehr ärgerlich. Also wieder raus. In die Feuerwache komme ich nicht rein. Ich benötige etwas anderes. Ich weiß, dass hier etwas hingehört. Ja, was denn? Sag es mir. Dann kann ich sagen, ob ich es habe. Streichhölzer. Ja, halt die Luft an. Okay. Äh, Stange? Nein. Jedenfalls der neue Kram. Wenn es 80er spielen, was sehr, sehr, sehr selten ist, ist es gut. Musst du WDR 4 hören. Tipp. Was ist denn da? Zange und Torteil. Okay. Setz mal das Torteil mal ein. Da fehlt aber immer noch was. Dann schauen wir mal hier. Kriegen wir das... Kriegen wir das mit der Zange lose? Jawohl. Oh Gott. Komm, nimm mal Glas weg, nimm den Schlüssel. So, das ist jetzt... Autoschlüssel. Ja. Wieso dich das im Feuerwehrauto drin? So. Drehe die Ringe in die richtige Position. Tja. Och, nein. Nein. Are you fucking serious right now? Wobei soll ich denn wissen, welche zu welchen passt? So, das passt wegen dem Randstück. Das passt doch. Das passt sogar noch besser, glaube ich. Nee, oder? Das passt, glaube ich, sogar noch besser. Ja, das sieht gut aus. Ja, 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 ja. Oh Gott. Ja, ich muss sagen, ich brauche langsam... Ich muss langsam Schluss machen hier. Hier stimmt das nicht. Das passt jetzt da, das passt jetzt da nicht mehr. Das passt jetzt da, das passt da, das passt da. Zum Glück ist das Geräusch überhaupt nicht nervtöchend. Okay. Hier irgendwie passen die Körper noch nicht so ganz. Boah, das Ding hatte ich doch heute schon mal. Joghurt Mail. Ich habe wieder eine Post gekriegt. Oh. Alles klar, Sebastian. Ich danke dir für die Gutschrift. Ich bin ruhig und nehme das Geld an. Alter. Das passt jetzt da. Ja. So, das passt jetzt da. Das passt nicht mehr ganz. Was ist denn so? Passt das denn? Passt überhaupt nichts. Nein. Äh. Noch ein Gruß zum Schloss. Boah, ich habe null Plan, ey. Ich habe doch null Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. So, da kommt sie plötzlich so eine Schlange hoch. Das heißt, sie muss offenbar dahin. So, jetzt muss ich mal gucken, dass die Ränder hier wieder passen. Du passt dahin, dann passt du dahin. So. So, wo war jetzt die mit der Schlange? Nee. Boah. Dieses Geräusch ist so nervtütend. So. Jetzt passen die Beine aber mit den Damen nicht zusammen. So, warte mal, schauen wir mal. Kommt denn irgendwo? Wo ist denn irgendwo eine Schlange hoch? Von da kommt einer hoch. Wo ist denn die Schlange da? Ach, weißt du was? Leck mich. Kein Bock mehr. So, was ist denn bei hier? Schönen, okay. Was macht er da? Hat er sie ganz toll lieb gehabt? Das Götte der Frau, die ich in der Vision gesehen habe. Ich brauche etwas, um es zu öffnen. Der Leuchtturm. Da haben wir das dritte Stück vom Laken. Hilfe. Oh. Nagelfeile, Erdbeere, Clownslippen. Katze, Käfig, Dose. Katze, Käfig, Dose. Käfig. Katze. Und die Dose. Kurbel, Glocke, Schaufel. 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 Glocke. Ich sag schon Glocke. Ah, Kurbel, Glocke, Schaufel. Kurbel, Glocke, Schaufel. Kurbel, Glocke, Schaufel. schaufel kurboglocke schaufel eine glocke kurbel außer ein dennis bis neulich hilfe nagelfeile die erdbeeren sehen wir nicht die sind da unten ich sehe die schon da brauchen wir das wahrscheinlich müssen wir einmal sauber pinseln hier und die erdbeeren eine glocke das war die kurbel da sind die ok ich sehe schon die clowns lippen aber jetzt müssen wir die wahrscheinlich irgendwie rot machen oder sowas tatsache die glocke bell bell gibt es noch ein anderes wort für bell triller pfeife sack katze schaufel sack katze schaufel sack katze schaufel glocke 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 bing calling bing 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 ich fange jetzt auch langsam an nix mehr zu sehen nie wieder 2 Wilmelbilder hintereinander vården egal nie wieder 2 Wilmelbilder hintereinander ist seitdem es sind einfache seht ihr die glocke ich sehe sie nicht das hier ist nicht das ist ein weinglas das sind zwei lampen das ist ein gürtel das ist eine wäscheklammer eine zange irgend die ach da ist die glocke hab sie eine nagelfeile habe ich bekommen soll ich mit einer nagelfeile die brücke sieht was hat sie gesagt weil kleines eichhörnchen die war bei dem kleinen tier die war bei dem kleinen ich brauche einen hebel was so vielleicht können wir das damit aufmachen mxii schreiben muss auch direkt auf damit bekommen eine schere kann man mit der stelle kommt wahrscheinlich nicht das seil durchschneiden ja die nagelfeile bringt jetzt unglaublich weiter auf dem platz müssen wir wieder in die klinik zwei metallherzen haben wir inzwischen ja halt die luft so drei metallherzen brauchen wir die denn jetzt drei metallherzen ich muss ja nistenlos wenn der dafür müssen wahrscheinlich ein feuer machen klicken Okay.